Moin liebe Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir mal etwas Spezielles machen. Wir werden nämlich ganz genau dieses Paket öffnen. Und was da drin ist, das erfahrt ihr jetzt. Und zwar werde ich jetzt hier in diese Hände meine YouTube-Kräfte vereinen und hinzaubern, was es ist. Wow. Das ging einfach als gedacht. Playstation Pro in Weiß, Digga. Ein Terabyte. Funden bei Otto.de. Ha, weggehabt! Digga, und dann gehen wir jetzt mal an den Tisch und packen aus, würde ich sagen, ne? Digga. So. Wie gesagt, getan. Hier sitzen wir jetzt mit der Playstation Pro. Der erste Schritt wird auf jeden Fall gemacht. Der Karton wird erst mal entfernt. Sieht schon mal schlecht aus. Dann wollen wir mal den zweiten Karton entfernen. Das ging einfach als gedacht. Den Rest entfernen wir natürlich manuell, liebe Leute. Dann können wir noch schön an die Seite packen. Oh. Riecht noch wie neu. Schönes Ding. Der Typ ist hier. Der war sehr edel. Und dann gucken wir mal, was war ein Gabel dazu gekriegt da. Einmal der Netzstecker. Das Ladekabel für den Controller. Da kommt der Rest raus. Nicht zu vergessen, der edel weiße Deluxe-Controller. Edel. Dann hängen wir hier ein HDMI-Kabel. Und natürlich das übliche Billig-Kack-HZ. Von Sony. Geiles Ding, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, das hier ist jetzt mal eine neue Playstation. Sieht auf jeden Fall schön aus. Nicht zu vergessen. Der extra USB-Anschluss hinten für die VR-Brille. Das heißt, das wird mich jetzt nicht mehr stören. Und dann würde ich sagen. War das hier das Video soweit. Dann werde ich das jetzt erstmal konfigurieren. Und dann sehen wir uns auf meinem Let's Play-Kanal. Weil dafür ist die nämlich gut geeignet. Schöne Let's Plays für euch. Kanal ist unten in der Beschreibung. Und dann würde ich sagen. Sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss. Tschüss. Tschüss.